So, hallo, noch ganz schnell, ich habe noch 4 Minuten Zeit, also nicht vom Video, sondern vom Akku her. Ein kleines Unboxing und zwar von diesem schicken Headset, PS3 Bluetooth Headset. Und das machen wir jetzt einfach mal auf. Ich hasse diese Verpackungen, aber Sony denkt sich ja, der Patrick, der ist so dumm, der kann diese Dinge einfach benutzen. Boah, äh, der kann diese Dinge brauchen, das machen wir jetzt absichtlich, machen wir jetzt so eine Verpackung rein. Und da, so, tschüss, oh man, endlich. Komm jetzt, ich muss ein bisschen hinne machen. Nein, was ist das für eine schwule Verpackung? Dann kommen 3 Minuten noch, es muss ein Countdown. So, ähm, da noch und dann, aber ganz schnell, schnell, schneller, oh man, 3 Minuten noch, es muss... Boah, ich bin im Schwitzen mit der scheiß Verpackung. Nein, die Verpackung ist, ohne Scherz jetzt mal, die Verpackungen sind so schlecht, ich hasse diese Verpackungen, die habe ich heute schon mal aufgemacht. Und da werden auch die Scheren stumpf, habe ich gehört, und ja, deswegen... Ach komm, weh, du bist jetzt nicht auf. Komm, das mag ich jetzt nicht wahrhaben, oder? Die Scheiße geht jetzt... Moment, wartet mal. So, nachdem ich im Kampf mit dieser scheiß Verpackung war, ähm, weiß ich jetzt, oder... Komm, wenn die jetzt nicht aufgeht, also jetzt müsste sie aufgehen. Einfach nur die scheiß Verpackung aufreißen. Boah, die ist ja schon so scheiße. Was ist das wieder für eine Schoße, ey, mit der Verpackung? Egal, scheiß Ruffing mache ich jetzt. Einfach kaputt. Tschüken ist das eine scheiß Verpackung. Ja. Okay, jetzt ist das Ding auf, und, äh, so sieht es aus, das Teil. Geil, ja. Lege ich mal weg, weil, ähm, jetzt bauen wir es ja jetzt nicht. Ähm, hier ist noch so eine kleine Dockingstation dabei, und, äh, hier noch ein kleines Mini-USB-Kabel zum Aufladen. Ähm, wenn ich das Teil dann drauf stelle, halt, das muss anders, ich anders machen. Das, äh, kann ich dann hier, geht das zum Anlocken. So, sorry, Leute, mir ist gerade die Batterienverbindung abgekalkt. So, wir sehen hier, äh, äh, ich mach das mal ein bisschen Ding. Wenn wir das Teil hier einfach drauf stecken, dann sieht das hinten so aus. Und hier ist der Mute-Knopf, hier oben Power-Knopf, da, ach, das stellt sich nicht scharf, scheiß Kamera. Hier oben ist der Power-Knopf, hier eben der Ohrhörer und, ja, Bluetooth-Zeichen und Mikrofon. Ähm, ähm, und hier hinten, stimmt, hier kann man dann die Dockingstation reinmachen. Gut, äh, dann haben wir hier noch diverse Scheiß-Schrott-Anleitungen. Wie immer, drei solche komischen Anleitungen, die heiligen drei Anleitungen, ja. Und das können wir dann auch wegstellen. Mein Gott, ich hab jetzt schon voll viel bekommen. So, äh, da mein Schreibtisch jetzt schon ziemlich durchgewühlt anschaut, müssen wir jetzt leider dann auch zum letzten Unboxing kommen. Und da muss ich leider auch schon aufräumen. Ja, bis dann, Leute. Ciao.